Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Minekraft 3Jump mit dem Server-Owner, mit dem ich gerade geschlafen habe, damit ich jede Runde gewinne. Hallo! Oh ja, das war geil. Ich sag das und fall direkt runter. Und direkt hast du ein neues Modul hier, Alter. Das ist doch nicht... Hä? War das ein Prank? Das zweite. Ach, das zweite. Ja, da war ich ja noch gar nicht. War ja... Sorry. Sorry, okay. Das ist Bob Ross Modul. Ja? Erinnerst du dich noch an die gute alte Bob Ross Zeit, Alter? Boah, war die... Ah, das war so geil, ey. Das war echt Hammer, als der Stream da lief. Als der zu Ende war und das letzte... Und dieses Lied lief und sowas. Hast du das Ende gesehen vom Stream? Nee, nee, nee. Ich glaube, ich hab's nachgeholt. Das war so herzereißend, dass ich echt so ein, zwei Tränchen verdrückt habe, Alter. Das war echt... Das tat mir richtig leid, weil es wirklich einen für so ein, zwei Monate komplett begleitet hat. Das ist echt krass. Also für die Leute, die gar nichts damit anfangen können vor einem Jahr? Oder wann war das? Ja, Oktober letzten Jahres ungefähr. Krass. Von dem Jahr ungefähr gab's eine Aktion, da hatte scheinbar Bob Ross Geburtstag oder so? Nee, Twitch hat die neue Kategorie Creative gelauncht. Ach, echt? Ja. Also das muss ja ein voller Erfolg gewesen sein. Ja. Ja, die haben dann da scheinbar das Ganze zelebriert und dann einfach von einem Künstler, der damals eine Serie hatte in den 80er, 90er Jahren, da hat er dann einfach immer wieder für eine... Nee, wie lange war das? Eine Stunde? Halbe Stunde oder so? Ja, genau. Ähm, ein Bild gezeichnet, darüber geredet, also ein bisschen wie in Let's Play, nur halt als Künstler, ja. Genau, genau. Der war da auch ultra populär mit früher, der ist richtig abgegangen, das hat auch Millionen... Ach, was mache ich denn hier? Wiederholungen im Fernsehen. Ja, und das haben sie dann... Die haben, glaube ich, alle Folgen ausgestrahlt, ne? Alle, für zwei Monate und das waren halt irgendwie schon tausend oder so. Ich weiß, das... Keine Ahnung. Ich glaube, das waren sehr viele. Auf jeden Fall am laufenden waren 24 Stunden. Muss man ein Bild von dem Typen einblenden, von Bob Ross. Die Leute haben ihn garantiert schon mal gesehen, der wurde auch ganz oft parodiert und sowas. Ich kann's den, glaube ich, nicht. Gar nicht. Gar nicht. Nee, 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 nee. Der sieht ja so markant aus. Auf jeden Fall ist der, der, der gute Mann dann halt gestorben, leider Gottes, sehr früh und, äh, dementsprechend war das eine sehr... Oh, der war auch so nett, glaube ich. Ich glaube, das war so ein richtig krasser Typ. Ja. Der hat meistens wirklich lange Landschaften gemalt und, äh, guck mal, happy little tree and some happy little clouds. Die ganzen Insider, ey. Und seinen Sohn hat er dann auch irgendwie manchmal eine Folge übernommen, aber der fand ich irgendwie nicht toll oder so. Er war auch ein bisschen creepy irgendwie. Der war ein bisschen so aus, als würde er jetzt mit seinem Vater gerade müssen malen und nachher um zwei Uhr beim Motel um die Ecke ein paar Leute abschlachten, Alter. Boah. So ein bisschen wirkte der. Also, ich möchte nichts Ungutes tun. Ach, der, der nimmt dir was, ich übe. Schreib gerne was in den Kommentaren, was du siehst. Ich meine, du bist ein Ami und mittlerweile irgendwie 50 oder so, aber okay. Er ist bestimmt noch älter. Ey, guck mal, meine Videos. Ja. Ich glaube, der fand ein Forest Let's Play ganz geil. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wow, Forest Impressiv. Happy Little Trees. Der Sohn gibt einfach so einmal am Tag Forest und Bäume und also Trees bei YouTube ein, um sich einfach Videos dazu anzugucken. Genau. Oh, wie traurig das wäre. Ja. Ja. Das weiß ich nicht. Aber der, der, ich glaube, wenn der wüsste, wie der gefeiert werden würde, dann, dann wäre der schon sehr froh. Der Bob Ross. Ja. Vor allem der Chat, der hatte dann auch irgendwann so richtige Insider und Memes, genau. Und immer, was war denn nochmal das Berühmteste? Das war doch immer dieses, achso, Ruined. Genau, so weiter irgendwie ein Strich, ein Pinselstrich gemacht hat. Oh Gott. Dann spammt dir der Chat, Ruined, it's Ruined. Irgendwie, weiß ich nicht, er malt gerade so eine richtig schöne Landschaft und dann kommt er mit so einem fetten Pinsel und kleistert alles mit Blau zu. Du denkst dir erst, was macht der Junge denn? Aber das hat halt einen Sinn, den man auch nachher verstanden hat. Aber dann haben halt alle... Alter, was mach ich hier? Das ist ein Scheißler. Das stimmt. Ja, da recht, Alter, kann ich nicht verüben. Mann, Mann, Leute. Ich konzentriere mich zu sehr auf... Was war das denn? Auf Bob Ross. Von welchem Unit bist du? Zehn. Scheinbar, oh, scheinbar gar nicht so scheiße. Aber ich bin sehr oft runtergefallen. Ich seh dich. Du wartest immer, oder? Ich bin runtergefallen. Ich auch, scheiße. Ich lege gerade auf, ob ich meine kompletten drei Herzen schnell verbrauche, damit ich... Ich hab schon verkackt. Ich hab auch gerade unfassbar... Mann! Wenig Punkte. Wie viel hast du denn? Damit den selber löschen. Ja. Gruß geht raus an unsere lieben Freunde von Bremelity. 2250, so Bye-Bye an alle. Ja. Ich komm mit. Letztlich gleich direkt ein Bun hinterher. So ein Scheiß. Mach doch mal mit. Ja komm, ich ban die jetzt erstmal kurz. Bun. Was? Ja, natürlich. Nach der Runde, wir müssen doch Leute haben. Ja, komm. Geige, Lilly. Nein! Was gebe ich denn? Spam. Nein! Mann, dieser Server-Owner kann einfach nicht mit Kritik umgehen. Es tut mir leid. Nö, es tut mir leid. Wieso? Hä? Wer hat denn gesagt, dass es eine Demokratie ist hier? Das ist meine kleine Bergwerk-Diktatur. Diktatur? Und, ähm, ja. Erdobergi bist du's? Ja, na klar. Übrigens, demnächst auch bei mir auf dem Kanal eine große Badwurst-Woche mit den neuesten Erdogan-Maps. Echt? Und Manu ist mit dabei. Ja. Wow. Sag mal, was mach ich hier? Aber schafft ihr auch kein anderer? Also ich brauch mir gar keine Vorwürfe machen, Leute. Tut mir leid. Also wenn mich jetzt in den Kommentaren flamet und sagt, der Server ist scheiße und Manu, du auch, dann, ja, werdet ihr einfach gebannt, ne? Bannen wir die alle? Die bannen wir alle, ja. Achso. Bannen wir alle, genau. Und das ist dann auch, machen wir aber auch im Zuge dann der, äh, der Erde dann. Nein, ich schaff's auch. Oh. Oh, Alter, komm. Ja. Nein. Oh Gott, ich hatte so Angst, Alter. Ich hatte Angst, äh, hast du es geschafft? Warst du das? Äh, ich war das, ja. Irgendwie glaube ich dir nicht. Oh, ich hab mich verkauft. Da, 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 da. Was, deine Seele? Hm. Mein Körper. Oh. Mein Körper. Wie ein Geld. Nein. Nein. Diesmal nicht. Doch. Nein. Ich hab gar nichts. Och, Laura. Doch. Ich kann dir... ...was geben. Ich geb dir dein Schwert. Oh, Mann, ich seh dich aber. Bist du das? Ja, 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 ich bin das bestimmt. Mit der Angel, du bist ja mit der Angel am Start. Alter, nee, nee, das bin ich nicht. Oh Gott, oh Gott. Bist du das? Nee, bist du auch nicht. Ich kille gerade alle. Ich kille alle. Ich bin Block Force, Dude. Ich wurde gerade weggekickt. Ich werde... Ich werde so... Bist du das? Nee, ich bin... Ja, okay. Ich bin Block Force, Alter. Wer bist du? Ich hatte einfach Angst. Weiß ich nicht. Bist du das da? Ich weiß nicht, bist du das hier? Drück doch mal einfach kurz mal den Chat, Alter. Sonic Man. Sonic Man, okay. Ich bin Sonic Man. Oh Mann, wie erbärmlich, ey. Ich werde hier gerade... Ja, lass uns erst mal treffen. Ja, ich bin tot. Das ist einer ohne Rüstung, Alter. Was ist das? Sonic, wo bist du? In der Mitte. Genau in der Mitte. Unten in der Mitte. Ja, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Block Force, okay. Da ist der... Da ist der Stopp-Fro. Kids, kids, steigst kaputt! Ja, ja, ja. Alter, du hast ihn. Oh! Alter, ich zerstöre die gerade alle. Ja, ja, ja. Alter, jetzt ernsthaft. Die sind gleich... Du hast mir ein bisschen den Platz geraubt. Ja, Entschuldigung. Der Typ dahinter ist natürlich am abhauen. Komm, ja, ich hab ihn. Nice! Alter, wie alt! Absolute Maschinen! Hey, wieso hab ich denn drei goldene Äpfel? Brauchst du einen? Von dem Nacken. Ja, ja. Von dem Nacken hast du die. Die hab ich gerade aufkloppen sehen. Also zumindest einen. Ja, den kriegst du. Den sollst du kriegen. Da kommt er. Ich bin am Schlafen, Alter. Zack, dicke Combo. So gefällt mir das. Hat der gerade sein Maid geschlagen? Ja, irgendwie schon. Der hat keine Chance, der Junge. Oh, sorry. Oh, Alter, aber nice. Nice, nice. Wie er es gar nicht drauf klarkamst. Er ist da, er ist da. Ja, okay. Wollt ihr die ausschlagen? Nee. Okay. Mann, ja, die gehen doch mal entgegen. Ja, okay. Ich hab ihn. Ich hab keinen anderen. Hier, ich booste dich. Oh, Alter. Alter, halt auf. Volle Kanne ins Face. Der hat Gesundheitsdrink. Ja, ich weiß. Ist egal. Oh, Alter. Oh, oh, heil ich. Alter, wie wir. Der heilt mich mit. Er ist so, Alter, was ein Prankstar. Ich hab zwei Goldapple. Nice. Okay, warte. Äh, wo ist denn der andere? Wir sind einfach, Alter. Wir sind einfach, äh, wir sind einfach, äh, wir sind einfach, äh, wir sind einfach, äh. Das ist nur Laura. Laura, die von der Schwerdurte. Was hat der denn? Rückstoß. 8,5? 8,75. Alter, als ob. Alter, als. Oh, Laura ist hier. Hilfe. Sie hat sich Equipment? Die, die gar nichts hat. Ach, die kann doch eh nichts. Digga. Da ist sie zerblätzt, Alter. Ja, da ist sie. Na komm doch her. Du kleine Utsche. Was soll mein Utsche ist? Eine kleine Rutsche vielleicht. Eine Kinderrutsche. Boah, das blies sie, Alter. Oh, Alter. Alter, da hab ich dich direkt gefokust. Ja. Manuel, können wir uns play? Ein unfairer Spohler? Mann. Bleib doch stehen. Du ein Teufel will dich tun. Wie viele Extraherzen hast du? 37. Wohin schlägst du denn? Oh, sorry. Oh, wohin schlag ich denn? 37 Extraherzen hast du? Ja, 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 OP-Herz. Ernsthaft? Hast du dir jetzt gerade als Admin Items gegeben? Ja. Du kommst jetzt her. Junge, Leute, hinterher, vor dir ist da einer. Wo denn, wo denn, wo denn? Hahaha. Alter, 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 was ist denn? Komm schon, Alter, ach komm, du hast ein halbes Herz oder so gehabt, Alter. Ne, drei Herzen. Bann mich doch. Hahaha. Non-nicer-dicer, learn-to-play, bann mich doch. So ein richtiges Arschloch, ey. Ich bist der Spieler. Aber das ist der Vorteil, wenn man schon mal Sex mit dir hatte. Das stimmt, ja, dass du sicher sein kannst, nicht gebannt zu werden. Oh, oh, guck mal. So klangst du gestern auch. Hoi, hoi. Hä, du hast einen Thunfisch? Ja, einen Thunfisch. Hahaha. 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 Hier, ja, ich... Hahaha. Ich hab einen Thunfisch, genau. Hahaha. Oh Mann, ey, das arme Tier. Ja, nein, 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 nein. Ja, gut. Dann komm mal her zum Screenen. Ja. Hol doch mal Oskar kurz. Ja, warte. Ich schule Oskar. Oskar, bist du da? Hallo Oskar, hallo. Ja, komm mal rein. So. Nimm mal deinen Kopf ab, bitte. Ja, Moment. Wenn du mich so lieb fragst, ich tue es. Alter, ihr... Oh. Den kenn ich aus Frieden. Der Sniffer. Okay. Gut, Leute. Dann guckt mal in die Videobeschreibung. Da ist der Sniffer LP verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Immer bewerten. Ach, Thunfisch, Alter. Ja, Thunfisch LP, Alter. So richtig behinderter Server-Owner. Oh Mann, bann erst die Leute und dann auf einmal, oh, du hast einen Thunfisch. Ha, 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 ha.